Moin Moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude und Ralfs Fotoflug. Ja, wie ihr hier schon so ein bisschen erkennen könnt und hier auch, es geht heute um den DJI Inspire One. Diesmal allerdings nicht um das Thema Fliegen, App oder sonst was, sondern es geht um das Thema Zubehör. Ja, viele von euch haben schon sicherlich festgestellt, der Halter, der ist zwar ganz nett für ein iPad, aber wirklich stabil sieht das Ding nicht aus und vor allen Dingen, es hat noch einen ganz anderen Nachteil, man kann keinen Sonnenschutz drum machen, jetzt im Winter vielleicht nicht so dramatisch, aber wenn es dann Richtung Frühjahr-Sommer geht, erkennt man dann auf dem iPad nicht mehr so wahnsinnig viel und da wäre natürlich ein Sonnenschutz angebracht. Es gibt von der Firma www.altec.de, die Adresse blende ich hier dann ein, die findet ihr dann auch nochmal unten im Infofeld dieses Videos, von der Firma www.altec.de, gibt es verschiedene Sendepulte für alle möglichen Firmen oder Hersteller, unter anderem auch, das nutze ich auch schon länger, das für den DJI Phantom, so sieht das Ganze aus. Da ist dann einmal hier oben der iPad Halter, da kommt dann das iPad rein, das ist noch das ältere Modell, da gibt es noch keinen Sonnenschutz zu, ich zeige euch heute das neue Modell, da gibt es dann einen Sonnenschutz dazu, das heißt, da könnt ihr dann oben das iPad reinpacken und noch einen Sonnenschutz drum machen und habt das alles wunderbar vor euch und wunderbar im Blick. Und das möchte ich euch heute einmal vorstellen und zeigen. Fangen wir einmal an, aus welchen Komponenten das Ganze besteht. Das ist einmal das Sendepult an sich, das ist also einmal das Sendepult, das ist im Prinzip nur das Teil, wo dann eben die Fernsteuerung reinkommt. Das ist das erste Teil. Dann geht es weiter mit der Verlängerung für das Pult, wo dann das iPad draufkommt. Das sind sozusagen diese Verlängerungsarme, so wie ihr hier seht einmal, das sind diese Verlängerungsarme, die dann da dran gebaut werden. Und als nächstes kommt dann einmal der Halter, das ist der Halter. Da passen dann verschieden große Devices rein, also das geht dann los vom iPad Mini bis zum ganz normalen iPad. Das passt dann einmal hier in diesen Halter rein, der angebaut werden muss. Und dann gibt es noch zwei Sonnenschutzvarianten, einmal in groß und einmal in klein. Ich drehe die so rum, dann seht ihr das besser. Das ist einmal die große, das ist dann einmal die kleine. Die Größen stehen dann jeweils beim Bestellen, beziehungsweise auf der Internetseite. Da könnt ihr dann sehen, je nachdem welches Tablett ihr nutzt, dann eben auch welchen Sonnenschutz ihr braucht. Das hier sind noch Verbindungsschrauben für den Arm zu dem Tablett unten. Das war es im Prinzip und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze zusammenbaut. Gut, ich habe mir jetzt alle nötigen Bauteile, Schrauben und so weiter zurechtgelegt. Für den Zusammenbau brauchen wir drei Imbusschlüssel. Das sind 2 mm, 2,5 und 3 mm. Entweder hier mit so einem Schraubenzieher-Set oder den ganz normalen klassischen Imbusschlüsseln hier oder wie auch immer. Also auf jeden Fall diese drei und 5,5 mm Sechskant. Ich mache das hier mit Ratsche und Nuss. Alle Muttern, die dem Set beiliegen, sind selbstsichernd. Das heißt, wir brauchen kein Loctite oder ähnliches, um die zu sichern, sondern diese kleinen Schräubchen hier oder die kleinen Muttern sind selbstsichernd. Fangen wir jetzt an mit dem Zusammenbau der Handauflage und da dem unteren Teil der Handauflage. Die besteht aus diesen beiden Teilen hier. Und zwar gibt es da einmal ein linkes und einmal ein rechtes Teil. Wo dann erkennen wir das an diesen beiden Löchern hier und an diesem Loch hier. Und ganz wichtig, dieses bitte mit dem einen Loch auf die linke Seite und dieses mit den zwei Löchern an dieser Stelle hier auf die rechte Seite. Man erkennt es noch an etwas anderem. Und zwar ist hier so eine Messinggewinde eingesetzt. Und dieses Messinggewinde muss, wenn wir die Installation oder den Zusammenbau jetzt machen, muss oben erhaben sein. Das heißt, wenn wir jetzt hier mit dem Finger da einmal drüber fühlen, dann ist es so, dass wir jetzt einmal hier so einen kleinen Widerstand spüren. Und dann liegen die Teile richtig rum. Also einmal rechts, einmal links. Und das Ganze wird verbunden mit diesem Carbon-Teil. Da sind hier die zwei Löcher drin und die beiden Schlitze, die wir auch in den Platten haben. Ja, und dann geht das ganz einfach. Einmal das zusammenlegen. Dann eine Linsenkopfschraube von hier unten einmal durch. Dann die Mutter oben drauf und das Ganze dann festziehen. Jeweils links und rechts dann das entsprechende Gegenstück dazu. Und dann haben wir den ersten Teil fertig. Das mache ich jetzt einmal. Wenn alles richtig zusammengebaut ist, dann sollte das Ganze so aussehen. Und die beiden Schlitze sollten dann auch deckungsgleich sein. Und in diese beiden Schlitze kommen jetzt diese beiden Metallhalterungen rein. Die haben hier auf der einen Seite eine leichte Schräge und sind auf der anderen Seite gerade. Und mit dieser Schräge müssen sie zu uns zeigen. Das heißt, wenn wir das jetzt hier einmal reintun, dann genau so, wie ich es halte. Und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, diese Schräge zeigt zu uns. Setzen dann beide bitte einmal ein. Die sind dann so in dem Halter drin. Und jetzt gibt es diese beiden Carbonverbinder. Einmal für die rechte und einmal für die linke Seite. Die haben hier unten ein kleines zusätzliches Loch. Und dieses kleine Loch muss nach unten und nach hinten zeigen. Also, wir drehen das einmal so rum. Unten und hinten. Das heißt, das kommt dann einmal so. Und das Gegenstück genauso. Auch da das Loch, was wir haben, unten und hinten. Das wäre also dann, so käme dieser Halter drauf. Und jetzt mit einer Imbusschraube einmal hier unten durch das Loch durch. Und mit dem Metallteil einmal verschrauben. Auf der Gegenseite dann eine selbstsichernde Mutter drauf. Und der erste Teil ist fertig. Das kann sein, dass die etwas schwergängig sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Denn die sollen ja eine gute Verbindung hier mit der Grundplatte eingehen. Damit das Ganze später kein Spiel hat. Also da ein kleines bisschen rumprobieren. Und auch gerne ein bisschen hin und her bewegen. Sie gehen aber durch. Und wie gesagt, dann auf die Innenseite mit einer Mutter absichern. Das Ganze bitte noch nicht komplett festziehen. Sondern so, dass wir hier oben noch einen kleinen Spalt haben. Der so ist, dass wir das Oberteil, was dann gleich von oben reinkommt, noch reinschieben können. Bevor wir dann oben die zweite Schraube durchsetzen. Und das Ganze komplett miteinander verbinden. Ich mache jetzt erstmal auf der rechten und auf der linken Seite die beiden Carbonhalter rein. Die beiden Carbonhalterungen sind jetzt mit dem unteren Metallstück verbunden. Und wir können jetzt die Handauflage oben drauf setzen. Bei der Handauflage ist es ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass die richtig rum aufgesetzt wird. Und zwar befinden sich hier hinten an der hinteren Seite zwei Löcher. In diese Löcher kommen später zwei Schrauben, um eine Distanzhülse einzusetzen. Und hier ist es ganz wichtig, auf der einen Seite ist das bündig. Und wenn wir das Ganze rumdrehen, dann sehen wir, dass hier so eine kleine Vertiefung ist. Und genau diese Vertiefung muss nach oben zeigen. Denn dort werden nachher Senkkopfschrauben eingedreht, um die Distanzhülse zwischen dem Unterteil und dem Oberteil miteinander zu verbinden. Also ganz wichtig bei der Handauflage, dass hier diese Seite oben ist, wo später die Senkkopfschrauben reingehören. Dann legen wir das Ganze hier einfach einmal drauf. Und wir haben jetzt hier wieder zwei Metallteile. Eins für rechts, eins für links. Und auch hier ist wieder die eine Seite leicht angeschrägt. Die andere ist gerade. Auch hier wieder die leicht angeschrägte Seite nach vorne in den Schlitz reinschieben. Unten haben wir ja etwas Luft gelassen, damit wir hier dazwischen kommen. Dann das einmal dazwischen setzen. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Auch da dazwischen setzen. So sieht das Ganze dann aus. Ja, und dann wieder mit einer Schraube und Mutter das Ganze hier unten miteinander verbinden. Wo wir ja schon die erste Schraube drin haben. Da drüber dann die zweite und das einmal miteinander verbinden. Die Handauflage ist jetzt mit dem Unterteil verbunden. Bitte jetzt dran denken, die vier Schrauben richtig festzuziehen, sodass die Carbon-Teile links und rechts vernünftig geführt sind an dem Metall, sodass es eine stabile Verbindung ist, die möglichst kein Spiel mehr hat und nicht mehr wackelt. An der hinteren Seite kommen jetzt, wie eben schon angedeutet, hier die Schraube mit der Distanzhülse rein. Die Distanzhülse geht also dann einmal von der Oberseite zur Unterseite. Auch hier ist dann ein entsprechendes Loch. Hier setzen wir eine Linsenschraube ein. Oben dann die Senkkopfschraube. Das habe ich mir hier schon vorbereitet. Hier einmal die Schraube, die dann eben komplett mit der Oberfläche bündig ist. Das ist dann einmal die Distanzhülse. Die setzen wir dann hier einmal ein. Drehen die rein. So, einmal reingedreht und dann kommt hier auf die Unterseite die Linsenkopfschraube rein und fixiert den Abstandhalter dann entsprechend von der Unterseite. Das machen wir dann einmal links und einmal auf der rechten Seite. Der Halter ist nun fertig zusammengebaut. Jetzt fehlt nur noch die Fernsteuerung und dann müssen wir die Fernsteuerung im Halter fixieren. Vorher bitte einmal hier an den Kanten fühlen, ob die auch gradfrei sind. Ansonsten hier mit einem Schmirgelpapier, was der Packung beiliegt, einmal die Kante so ein kleines bisschen nacharbeiten und gucken, dass die schön gleichmäßig und ohne irgendwelche Gerade ist, die dann möglicherweise die Fernsteuerung beschädigen würden. Also das bitte noch einmal prüfen und da eventuell etwas nacharbeiten. Jetzt können wir die Halterung einmal in die Hand nehmen, dann die Fernsteuerung und die schieben wir jetzt hier einfach in die Halterung rein. Die sollte da einmal perfekt reinpassen, sollte hier vorne überall schön bündig abschließen. Jetzt nehmen wir das Ganze einmal, drehen die dann einmal auf die Rückseite um. So und jetzt sehen wir, dass hier noch unsere beiden Schrauben drin sind. Ja und die sollten, wenn wir alles richtig gemacht haben, jetzt auch genau so rum drin sein, dass sie hier bündig sind. Also habt ihr es falsch rum montiert, müsst ihr alles nochmal von vorne anfangen. Hier sollte es eben bündig sein und nicht überstehen. Was jetzt noch fehlt, ist hier dieses Teil, die Sicherung, damit die Fernbedienung nicht wieder rausrutschen kann. Die liegt dann hier auf dieser Unterseite auf. Und ich habe damit das zum einen nicht klappert und zum anderen einfach noch ein bisschen besser drin sitzt, habe ich mir hier so ein Stück Moosgummi aufgeklebt, damit das so ein bisschen mehr Halt noch gibt, weil manchmal klappert das dann auf dem Carbon, das stört mich. Und deswegen möchte ich, dass die da so ein bisschen weicher aufliegt und habe hier so etwas Moosgummi draufgeklebt. Bleibt jedem selbst überlassen. Dann drehen wir das eben einmal rum, damit die Seite eben auch nach unten zeigt. Schieben das hier einmal durch den Bügel durch. Ja und dann nehmen wir hier zwei Imbusschrauben, dazu dann den passenden Schraubenzieher. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten die Löcher da dann auch übereinstimmen. Jawohl, hier ist es, los geht's. Und auf der anderen Seite dann natürlich nochmal genau das Gleiche. Die Schraube festziehen. Hier auch. Wenn wir uns das jetzt dann einmal hier von der Seite angucken, dann sieht man, dass hier dieses Moosgummi so ein kleines bisschen das Ganze noch zusammenhält. Und was man auch sieht, sind hier diese Schlitze. Und in diese Schlitze kann man Kabelbinder reinziehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Kabel anschließe, ich habe ja einmal das HDMI-Kabel, wenn ich zum Beispiel eine FPV-Brille oder einen externen Monitor anschließen möchte, aber auch den USB-Stecker, der hier reinkommt, damit der da nicht immer auf Zugbelastung ist. Wenn der hier drin ist, kann man den, nachdem der drin ist, dann einmal hier mit einem Kabelbinder so festsetzen und hat dann, Entschuldigung, so sieht man das nicht, so festsetzen und hat dann die Möglichkeit, das eben hier Zug zu entlasten, damit dieser Stecker nicht permanent auf Zug ist und wackelt. Also von daher eine ganz nette Geschichte mit dieser Platte und der Möglichkeit, dort mit Kabelbindern das einmal noch ein bisschen zu fixieren. So, das heißt, unser Sendepult ist jetzt komplett fertig. Wir können das so, wie es ist, natürlich schon benutzen. Wer also diesen Halter weiterhin benutzen möchte, kann das machen. Dann werden hier einfach nur zwei Ringe eingesetzt und dann kann man da den Halsgurt einmal drüber ziehen. Ich denke aber, die meisten von euch möchten natürlich die FPV-Halterung für ein Tablet mit der Sonnenschutzblende verwenden. Und genau das bauen wir jetzt in den nächsten Schritten zusammen. Das heißt, wir haben jetzt einmal hier die Halterung mit der Fernsteuerung drin und wir brauchen dann einmal das FPV-Set. Das sieht dann so aus. Das ist FPV-1-Erweiterung. Dieses FPV-Set besteht hier einmal aus diesen Verlängerungsteilen, die dann entsprechend hier angesetzt werden. Dann einmal den zwei Gegenstücken, die von innen dagegen kommen. Und zum Schluss der Traverse, auf die dann der iPad-Halter und der Sonnenschutz aufgesetzt werden. Man kann diese Verlängerungen hier mit ganz normalen Schrauben hier festschrauben. Da sind hier zwei mal eins, zwei, zwei Stellen, wo die Schrauben durchkommen. Dann ist es etwas schwieriger, wenn man unterwegs ist, das wieder abzubauen, wenn man es etwas kompakter haben möchte und nicht diese große Tablet-Halterung dran haben. Und deswegen gibt es auch die Alternative, das mit solchen Rändelschrauben hier zu machen. Die kann man auch unterwegs sehr leicht wieder lösen und genau das mache ich jetzt. Das heißt, ich setze hier einmal das an die Außenseite dran. Dann nehme ich dieses Teil und setze das an die Innenseite dran. Ja, und jetzt einfach hier einmal die Schraube durch. Die passt hier oben, da seht ihr, da ist das Loch. Die passt hier oben dann einmal durch. Die Gegenseite ranschrauben. So, eine und dann das Ganze nochmal hier auf der Unterseite. Genau das Gleiche. Einmal rein und einmal zu. So, und dann kann ich das auch noch hier drüben zeigen. Brauche ich keine Unterbrechung zu machen, denn das geht recht flott. So, falschrum. Einmal außen bitte. Einmal auf die Außenseite das Ganze. Dann hier wieder einmal durch. Und die Mutter von innen. Und dann das Ganze auf der unteren Schraube nochmal. Und das war's. Fertig. Und ihr seht, wenn man das auf diese Art und Weise macht, dann kann man das wirklich unterwegs relativ flott wieder demontieren. Man hat das Ganze ein kleines bisschen kompakter. Was jetzt eben noch fehlt, das ist hier die Traverse. Die muss auf die Fernsteuerung aufgesetzt werden. Das heißt, wir haben jetzt ja hier einmal den FPV-Halter. Dann kommt hier die Traverse hin. Und auf die Traverse kommt dann der iPad-Halter. Den setzen wir dann so auf die Traverse drauf. Was ihr jetzt einmal gucken müsst, hier an dieser Stelle gibt es verschiedene Optionen, wo wir die Verbindung zwischen dem Halter und der Traverse ansetzen können. Ich kann das hier gerne nochmal zeigen. Hier sieht man das. Hier sind also eins, zwei, drei, vier, fünf Löcher. Und eines dieser Löcher müssen wir wählen, um diesen Halter hier gegenzusetzen. Der Halter wird einmal so rum drauf geschraubt und wird dann, ihr seht, der hat nochmal zwei Löcher, die von oben sind, wird dann von oben die Traverse drauf gesetzt. Also wir haben einmal die beiden Löcher mit zwei Schrauben, dieser Winkel hier drauf gesetzt wird. Und dann einmal die beiden Löcher hier oben, wo die Traverse drauf kommt. Ihr müsst euch jetzt entscheiden, wo ihr das Ganze gerne hinhaben wollt. Das also einmal ausprobieren, so ein bisschen vor euch halten und gucken, ob ihr das Tablett gerne weiter oben oder etwas weiter unten haben möchtet. Und davon hängt es dann eben ab, wo ihr diese Verbindung hier einmal dran setzt. Ich möchte das immer ganz weit oben haben. Deswegen würde bei mir die Traverse hier oben hinkommen und dann eben auch der Halter entsprechend nach hier oben. Also wir nehmen einmal hier dieses Verbindungsstück und man kann es auch nicht verwechseln, weil der Lochabstand ist so. Diese beiden Löcher in die Richtung passen so an die Traverse und diese beiden Löcher haben Abstand, der hier nicht kompatibel wäre. Das heißt also, man kann da nicht viel falsch machen. Wir müssen jetzt letztendlich nur die Schrauben einmal nehmen und einmal hier von innen durch das Loch durch und dann diese beiden Traversen hier einmal festschrauben auf dieser Seite. Ja und das gleiche machen wir dann natürlich auch hier auf der anderen Seite. Also dann hier einmal die Traverse mit zwei Schrauben reinsetzen. Das geht relativ zügig. Das kann ich jetzt einmal hier machen. Richtigen Schraubenzieher sollte man dazu noch nehmen. So, das geht hier einmal. Na, so flott geht es dann doch nicht. Einmal hier rein. Zweite Schraube dann hier unten rein. So, Nummer zwei. Festschrauben. Das gleiche dann hier auf der anderen Seite. So, Nummer eins und die letzte Schraube. Das heißt, wir haben jetzt einmal die Verbindungen für die Traverse hergestellt und können jetzt die Halterung, die iPad-Halterung an die Traverse einmal anschrauben. Das geht ganz einfach. Das können wir jetzt einmal wegstellen. Das ist also jetzt die Traverse. Das ist die iPad-Halterung. Die lässt sich hier auf der Rückseite, ist so ein Hebel, öffnen und dann eben in der Höhe verändern. Ja, und auf der Rückseite sieht man auch, hier sind einmal zwei Löcher und da gehören dann die Schrauben rein. Die Traverse, da kann man nicht viel falsch machen, denn hier in der Mitte ist das Loch, das mit dieser Schraube durchpasst. Also das Ganze einfach einmal so lange rumwurschteln, bis es passt. Dann liegen der iPad-Halterung oder der Pad-Halterung zwei schwarze Schrauben bei. Einmal hier und einmal hier oben rein. Da brauchen wir dann jetzt den etwas größeren Imbusschlüssel. Ein Schlüssel sei schon, der hat den größeren Imbuss, drei Millimeter. Ziehen das Ganze hier einmal fest. Was jetzt ganz wichtig ist, bitte einmal eine Funktionskontrolle machen, ob sich dieser Schieber hier noch frei bewegen lässt. Denn es kann manchmal sein, dass durch Fertigungstoleranzen die Schrauben so weit reingehen, dass der hier so ein kleines bisschen blockiert. Es liegen dem Set zwei Unterlegscheiben dabei. Die kann man dann hier entsprechend einsetzen, damit das wieder frei läuft. Schieben wir jetzt einmal so ein bisschen in die mittlere Position, arretieren das Ganze. Jetzt käme das dann hier einmal vorne drauf. Auf der Seite sieht man das ein bisschen besser. Das käme jetzt einmal hier drauf. Aber ich denke, die meisten von euch werden das Ganze mit einem Sonnenschutz gekauft haben. Denn das ist natürlich tatsächlich sehr angenehm. Das ist jetzt auch die Neuerung bei den Altec Haltern, dass jetzt eine Sonnenschutzblende oder ein Sonnenschutz dabei ist. Und ich denke, den werden die meisten von euch mitgenommen haben. Der sieht so aus. Das ist jetzt die große Variante. Die gibt es dann auch noch in einer kleineren Variante. Das wäre dann hier einmal die kleinere Variante. Das ist für ein iPad Mini. Das ist die große Variante. Und da passt dann zum Beispiel ein iPad Air oder ein normales iPad rein. Der Zusammenbau ist denkbar einfach. Denn wir legen jetzt einfach, nehmen diese Blende, diese Halterung für die Blende einfach in die Hand. Nehmen dann den iPad Halter in die Hand. Legen das einmal hier übereinander. Und dann sieht man hier unten, hier ist eine Reihe Schrauben, hier ist eine Reihe Schrauben. Und das schieben wir jetzt einfach so weit runter, bis das Ganze hier unten dann deckungsgleich ist. Und setzen das dann hier oben in unseren Halter rein. Machen das also einmal, ich mache das glaube ich so, ist es einfacher zu sehen. Setzen das dann einmal so hier oben drauf. Hier sind mehrere Löcher zu sehen oder mehrere Abstände zu erkennen. Ihr könnt ganz leicht herausfinden, welcher der richtige Abstand ist, indem ihr das einfach einmal hier so hinhaltet. Dann hier unten, da ist ja die Breite definitiv vorgegeben. Hier oben ist es ein klein bisschen flexibel. Hier unten ist die Breite vorgegeben. Und dann sieht man schon, welches Loch hier tatsächlich das passende ist. Also relativ einfach. Wichtig, das wirklich einzig Wichtige dabei ist, erst den Sonnenschutzhalter und dann zum Schluss den iPad Halter drauf. Und das Ganze feststrauben. Dazu, das liegt natürlich auch bei, nehmen wir hier diese Inbusschrauben, die langen, und setzen das dann hier oben in diesen Verbinder rein. Und dann ist es schon fast fertig. Fehlt nur noch der Sonnenschutz, den wir gleich noch umbauen. Und einmal das iPad rein. Ja, und dann haben wir den Halter fertig. Noch eine Kleinigkeit, die zeige ich dann ganz zum Schluss. Der Halter ist fertig gebaut. Die Sonnenschutzblende oder die Halterung für die Sonnenschutzblende oder den Sonnenschutz ist vorhanden. Hier ist einmal der Halter fürs iPad. Wenn ich das jetzt einmal rumdrehe, dann seht ihr das. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, das einmal zu öffnen, nach oben zu ziehen und kann dann hier einmal das iPad einsetzen. Ihr seht, dadurch, dass der Halter etwas dicker ist, passt das sogar mit dem Case dort rein. Wenn wir das jetzt hier einmal aufklappen, das Ganze. So, dann sieht das so aus. Das Einzige, was ein kleines bisschen knifflig ist, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist hier an der Seite der Lightning Stecker. Den muss man so ein kleines bisschen hier zurecht biegen. Ich würde an eurer Stelle mir ein eigenes Kabel hier kaufen. Hier oben muss man das natürlich nochmal zumachen, das ist ganz klar, logisch. Ich würde mir an eurer Stelle hier ein eigenes Kabel kaufen und würde das dann hier vernünftig an dem Arm entlanglegen. Also hier einmal so rum, hier unten langführen, dann hier mit Kabelbindern einmal an dem Halter nach unten und von dort dann hier unten einmal entlang bis zum Stecker nach hinten, sodass das Kabel komplett hier verschwunden ist, sodass ich also gar nicht erst hier irgendwelche freihängenden Kabel habe, sondern nur noch, wenn ich das Tablett einsetze, hier oben Stecker rein, Tablett fertig, sodass alles fix und fertig vorbereitet ist. Das wäre also mein Vorschlag, beziehungsweise so werde ich das machen und so habe ich es auch bei meinen anderen Fernsteuerungen, wenn da irgendwelche Kabel zu verlegen sind zum Monitor oder ähnlichem. Auch da verlege ich die Kabel immer so, dass sie schon fix und fertig da sind, dass ich sie nicht vergessen kann, verlieren kann oder sonst was. Das ist die Sonnenblende, die müssen wir jetzt noch einmal anbringen. Das geht relativ einfach, wenn wir die nämlich aufklappen, dann seht ihr da unten so ein weißes Band. Und dieses weiße Band ist die Gegenseite zum Klett, was an der Sonnenblende dran ist. Das heißt, das Band ziehen wir jetzt einmal ab, legen die Sonnenblende zur Seite und kleben dann das Klett hier einmal außen an die Halterung, an den Sonnenschutz einmal an, damit wir dann später den Sonnenschutz da dran kletten können. Und das mache ich jetzt einmal und setze das einmal hier, klebe das einmal außenrum an. Es ist vollbracht, das Klett ist dran, das heißt, wir können jetzt den Sonnenschutz einmal dran setzen. Das geht natürlich dann ganz einfach. Einfach einmal hier hinten heransetzen, rum, einmal ein kleines bisschen andrücken und schon liegt es an. Dann können wir hier an der Seite noch einmal den Aufkleber entfernen, den einmal abziehen. So, und schon ist unser Halter, unser iPad-Halter komplett fertig, inklusive des Sonnenschutzes. Was jetzt noch fehlt, sind hier zwei Ringe, um das Ganze einmal an einem Halsgurt aufzuhängen. Wer es besonders edel mag, ich finde die unheimlich schön und mache die eigentlich überall dran. Das sind diese Gurte von Edicam, Elchleder ist das. Ist nicht ganz billig, aber sieht erstens schick aus, super Qualität, macht einfach Spaß, gibt es in verschiedenen Farben. Link mache ich auch einmal hier drunter, Edicam, wie gesagt. Ist eigentlich ein Kameragurt, hochwertiger Kameragurt. Ich nutze ihn auch super gerne hier an meinen FPV-Halterungen. Also, wie gesagt, einmal hier dann noch die beiden Ösen rein. Da müsst ihr so ein kleines bisschen gucken. Das kommt dann immer auf das Gewicht eures Tablets an, dass ihr das so ein kleines bisschen versucht, an den Punkt zu machen, wo es optimal ist, wo ihr so ein bisschen das optimale Gefühl habt, wo das am besten hingehört und wie ihr das am besten halten könnt. Ich denke, ganz unten, dann kippt das Ganze, kriegt das Ganze Übergewicht. Also, ich denke mal, hier in dem Bereich die oberste, wenn ihr das so weit nach oben schiebt wie bei mir, ist gut und wäre dann der richtige Platz. Also, die noch einmal reinmachen. Ja, und jetzt kommt das Letzte, was wir noch erledigen müssen. Das ist einmal hier unten dann natürlich den ursprünglichen Tablethalter entfernen. Das geht ganz einfach. Viele von euch werden sich vielleicht gewundert haben, wofür denn dieser monströse Schlüssel ist, der beim Inspire mitgeliefert wird. Nein, der ist nicht dazu da, um irgendwelche Servicearbeiten zu machen, sondern der ist einfach nur da, um hier unten an dieser großen Schraube, ich zeige das hier einmal in der Nahaufnahme, hier unten an dieser großen Schraube, die einmal zu öffnen und rauszudrehen. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal hier diese Schraube raus. Das geht natürlich auch mit dem normalen Schraubenziel, aber genau dafür ist der da. So, die schrauben wir hier einmal raus und dann muss hier an der hinteren Seite diese Rändelschraube noch gelöst werden. So, und dann kriegen wir den Halter einmal komplett raus und das Ganze ist dann ohne den ursprünglichen Halter so in dieser Form. Schöne Sache, sieht sehr gut aus, wie gesagt, hat den schönen Schutz. Wir haben das große Display hier, die Antennen werden nicht gestört, also von daher wirklich eine ganz schicke Sache und das Ding ist auch wirklich grundsolide. Schön finde ich auch hier hinten einmal die Halterungen noch für die Kabel, damit die nicht frei hängen, sondern damit die so ein kleines bisschen gestützt werden. Gerade das HDMI-Kabel ist da relativ empfindlich, USB natürlich auch, aber HDMI besonders und deswegen finde ich das sehr gut, dass da nochmal dieser Halter hinten dran ist. Ja, das war es, der Zusammenbau des Altec Carbonhalters für die Fernsteuerung des DJI Inspire 1. Den Link habe ich hier einmal unter das YouTube-Video gesetzt, dass ihr dann auf die Internetseite von Altec kommt und dort den Halter bestellen könnt. Den gibt es nicht nur für den Inspire 1, sondern den gibt es auch noch für viele andere populäre Fernsteuerungen. Natürlich ganz klar den Phantom, den Q500, den Ghost, diverse Graubner-Fernsteuerungen. Also von daher solltet ihr da fündig werden und euer entsprechendes Wunschmodell dort finden. Das war es für heute. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen weitergeholfen bei der Entscheidung, ob das das Richtige für euch ist und ob ihr so einen Halter gerne haben möchtet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne hier unten ein Like. Meinen Kanal natürlich abonnieren. Ja, und ansonsten viel Spaß beim Fliegen und wie gehabt, tschüss und moin moin. bis zum nächsten Mal. Analysis Und wir E plugin Musik 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 in ".